Musik So, herzlich willkommen zum letzten Video des Osterkalenders. Ich werde heute zusammen mit euch diese Hollywood Schaukeln in Form eines Hasenbauens passen zu Ostern und ich würde sagen, wir legen direkt los. Als erstes habe ich mir einen Hasen im Internet ausgedruckt und diesen danach ausgeschnitten. Danach habe ich ihn auf ein Stück Karton gelegt und mit einem Stift nachgezeichnet und das dann ausgeschnitten. So sieht der Hase nun aus und jetzt braucht ihr den zweimal. Und von denen trennt ihr dann den Kopf ab. Musik Das macht ihr dann bei beiden Hasen, damit ihr einen Kopf und ein Unterteil habt. Musik Danach schneidet ihr das überschüssige Zeug einfach ab. Musik Das macht ihr nun mit allen Teilen und dann schnappt ihr euch ein Teil, zum Beispiel hier diesen Kopf und ein Stück Stoff. Dann nehmt ihr eine Schere und schneidet einfach etwas großzügig um die Form herum. Musik Danach nehmt ihr die High-Square-Pistole und klebt die überschüssigen Ecken einfach in die Mitte ein. Musik Wenn ihr das richtig gemacht habt, sieht es ungefähr so aus. Und danach nehmt ihr den Unterteil und beklebt den mit einer anderen Stofffarbe. Wenn ihr dann alle Teile mit diesem Stoff bezogen habt, dann seht ihr bestimmt, dass die Rückseite noch nicht mehr so schön aussieht. Und das machen wir ganz einfach mit dem anderen Stoff wieder gut. Wir legen den einfach darauf und zeichnen mit dem Stift rundherum. Musik Und schneiden ihn danach dann aus. Musik Und dann nehmt ihr wieder eure High-Square-Pistole. Macht da großzügig bleiben drauf. Musik Und nehmt dann euer Stück Stoff und klebt es einfach darauf. Wenn ihr das dann ebenfalls bei allen Teilen gemacht habt, könnt ihr euren Kopf und eurem Unterteil wieder zusammenkleben. Dann nehmt ihr euch drei so dünne Stäbe aus Holz, ihr könnt auch Schaschek-Spieße nehmen. Und messt sie ab auf ungefähr 10 cm. Danach kürzt sie auf die passende Länge. Musik Und schleift sie gut ab. Nun klebt ihr eines oben an den Kopf, dann noch ein zweites. Und noch ein drittes Bohnen an die Beine. Musik Nun macht ihr auf jeden von diesen Stäben einen Tupfen Leim drauf. Und nehmt die andere Seite des Hasen und klebt die da oben drauf. Danach nehmt ihr wieder ein Stück Karton und schneidet da eine passende Größe zu, wo eine Playmate-Figur drauf sitzen kann. Musik Diese braucht ihr viermal und darauf klebt ihr dann ein Wattepad. Musik Das kürzt ihr dann an den Ecken noch ab. Und das macht ihr mit diesen von diesen Dingern. Dann nehmt ihr euch ein Stück Stoff und schaltet da wieder großzügig drum herum. Musik Und schneidet dann an den Ecken ein, damit man es besser zusammen kleben kann. Musik Und dann klebt ihr alle Innenseiten ein. Musik Das klebt ihr dann so zusammen und das braucht ihr natürlich auch viermal. Musik Dann nehmt ihr wieder eure Heißgeberpistole und klebt die zu einem Art Sofa zusammen. Musik Da habe ich jetzt unten und hinten noch ein Stück Stoff dran geklebt. Und dann braucht ihr jetzt Schaschackspieße. Schneidet die einmal hier kurz vor dieser Rundung ab. Schleift die Stellen noch ein wenig. Und klebt die dann so seitlich an das Sofa dran. Musik Dann kommen wir zurück zu unserem Hasengestell und knoten da oben jeweils an jeder Ecke ein Stück Faden an. Musik Das Ganze verbinden wir dann noch mit der unserer Couch und schon haben wir so eine richtig schöne Hollywood Schaukel. Musik Darauf könnt ihr jetzt nun super zwei Figuren platzieren. Zum Beispiel hier einmal Patrick. Musik Und dem dran findet auch noch Lisa Platz. Und die zwei können jetzt richtig schön schaukeln. Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Jetzt würde ich sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Musik Tschüss. 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 Tschüss.